so liebe freunde und damit ein herzlich willkommen zu der kallister protokoll schön dass einschaltet mein name ist und wir machen jetzt weiter wo wir letzte folge aufgehört haben testlabor m 113 dieser drecksleute haben bestimmt hier irgendwelche wissenschaftliche sachen gemacht das ist ein geräusch ok da müssen wir rein aber ich schaue mir hier um hier hier waren wir hier keine ahnung wo hier sind wir noch doch hier waren wir hier müssen wir schleichen wo dieser roboter da sind wir auf jeden Fall richtig da sind wir hier wir sind wieder hier ok hier 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 Was, 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 was? Das Programm neu zu starten, okay? Ich einfach sein, aber ich wird drauf, nehmt so. Okay. Die haben irgendetwas neu gestartet. Und da ist mir schon was passiert, was nicht sein sollte. Deswegen sind wir auch hier überall gewandt. Oh! Scheiße, wo kommt der denn? Will der mich boxen? Was will der? Nein, nein, nein! Alter, war der unsichtbar? Warum habe ich den nicht gesehen? Hm. Schädt ihr die ganze Zeit? Ach, mir schädt ihr die ganze Zeit da. Okay. Okay. Das heißt, wir müssen hier rein. Genau. Was war das? Black Iron Prism, blablabla. Hier auch. Hier fehlt auch Sicherung. Finde eine Erlasssicherung. Tja. Okay, hier gibt's, glaub ich, einer, aber... Oh! Hier ist auf den Hörer, es steht gelaufen. Mhm. Genau, was haben wir denn hier drin? Oh! 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 Geh weg! Bah! Ist er tot? Ist er tot? Oh, der ist auch nicht bald tot. Okay, da ist nix drin. Nur dieser kleine... Viehsteuer. Ih! Echelhaft. So. Ich glaub, hier finden wir... ...die... gar nix. Mhm. Kannst du überhaupt zurück? Nein, ne? Schade. Weil da war ja noch ein Raum. Da brauch ich auch das. Da kann man irgendwie... Ah! Man kann doch zurück. Man kann doch zurück. Wo war das jetzt? Oh! Lass mich mit. Ja, hier war ich auch drin. Warum? Warum sind die Sachen jetzt wieder hier? Spawnen die? Komisch. Guck. So, was haben wir hier? Hm. Nur das? Oh, was ist das? Energieumwandler. Okay. Keine Ahnung... Wieso das ist. Aber... Muss wirklich nicht sehen. Oh ja, das war's glaub ich, ne? Kann man hier jetzt nicht schlafen. Nein. Okay. Okay. Dann... legen wir das und gehen wieder zurück. Warte, ich schau mal hier nochmal um. Mal gucken, wo man hier wieder Sachen sammeln kann. Oh doch, man kann wieder Sachen sammeln. Aber wenn hier jetzt noch mehr Gegner kommen, na? Ne. Jurgen? Oh ja. Es läuft... Oh tyres, derart. Er award ich mir hin einen Ort. Oh, okay. Hmmmm... Schwede wie ein Schmetterling. Was ist das? Weiche fünfmal perfekt aus. Ja. Ey, warte mal. Ich vergiss das immer. Ey, da war doch was. Nichts. Arsch. Okay. Oh oh. Das gewinnt mir gar nicht. Tod. Lockdown. Mhm. Lockdown Code 51. Was ist das? Boah. Junge. Mhm. Wir werden einfach behindert. Die Fresse polieren. Durch Veränderung wird alles besser. Am Arsch wird alles hier besser. Ja. Wahrscheinlich muss ich hier rein, ne? Oh. 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 Was war das jetzt? Hm. Okay. Weiter jetzt. Oh. 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 Oh nein. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh. Demonac. Ey, bleib stehen, Yuga. Die ist abgehauen. Was ist der andere? Ich will Heilung, Yuga, Heilung. Boah. Kann ich den da reinschmeißen? Äh, hier war doch noch ein Loch. Komisch. Ich habe ein Stärken. Boah. Nein. Ich wollte nur gucken, ob das geht. Und das geht wirklich. Ach du Scheiße. Bei dem Schwingen muss man überall aufpassen. Halt die Kratzerringe. Okay. Ah. Heilung ist voll. Ja, dann müssen wir das wieder nochmal machen. Ja, Mann. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das sicher mit der Ramp? Oh, wasser mit dem da? Ja, schön. Oh, das war ein wenig mehr, wenn du das? Oh, ja. Komm mit deinem Arm, baby. Okay, das ist nicht mehr. Oh, ja. Ja, direkt zwei Clips gemacht, alles fertig. Oh, das ist zu weh. Oh. Okay, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ah, dann sterbe, dann sterbe, dann sterbe. Oh. 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 Oh, ja. Oh, ja. Well, okay. Almost there. Da muss ich schmeißen. Wollte ich gleich heiligen Blüten finden oder... Einfach sterben. War's im Winter voll? Geht auch so, ne? Ja, die sind auch ein bisschen schattig. Ja, die machen ja. ja heilung gibt doch einmal eine helung weiter immer noch nicht ich kann noch ein James mal Heilung benutzen der Game normalerweise auch Heilung Elias putt man später jetzt gucken was hat der hier Elias putt der Ausbruch was jetzt kommt ein Schlag tot einschlag hier hin ich weiß nicht ich weiß nicht was passiert wenn ich jetzt zurückgehe gleich gibt es ja was ich weiß nicht das war die Schafrein hier die hier die hier Das war's. Das war's. Nein. Ich finde, wir haben Zorken. Oh, oh. Alert. Securet systems online. Remaining for self. Oh, no. We're too many. Oh, I got you, I got you. I'm sending in Squad 9. Sir? Squad 9 is gone. Hold your position, huh? We can't. Hold back. We've lost the tracks. Alright, then activate all attacks to your units. You are weapons free. Repeat, you are weapons free. Yes sir. Sir? Help us. Now that's in order. You kill anything that moves. Kann man den direkt töten? Uh. 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 I like them, I like that. Oh shit, what's yet? Uh. 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 How the fuck did you get in here? You think I got time for this shit? Okay. Okay. Let me see if I got this straight. Uh. Uh. You crash here. And then this whole place goes to shit. Oh, five, two, one. Look at me when I'm talking to you. What'd you do? Huh? You can tell me. Are you different? Are you special? Why the wardin? Why the wardin? What you want! Huh? I told you, uh. This is my kingdom. And it's all yours. Uh. 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 Ich glaube nicht, dass er dort ist. Ich glaube nicht, dass er da ist, oder? Nein. Oh, das ist schon ganz schön. Okay. Captain Leon-Harris. Oh Gott, ich muss schweißen. Oh Gott, ich muss schweißen. Oh Gott. Ich habe das Wassergewicht. Oh Gott. Oh Gott. Sicher ist es. Okay, okay. Wir werden hier wachen, aber das machen wir in der nächsten Folge weiter, liebe Freunde. Schön, dass ihr da wart und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Nein. Mhm. Mhm. Vielen Dank.